Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Thema Conan Battle Pass bzw. den Herausforderungen. Ja, wie ihr schon neben mir sehen könnt, es geht wieder um eine aktuelle Herausforderung. Und zwar geht es um eine gewöhnliche Herausforderung, Hyänen besiegen, 10 Stück. Ich befinde mich aktuell hier unten und zwar ist das in J8 und ich zeige euch das nochmal ein bisschen vergrößert. Das ist hier in diesem Bereich, wo auch das letzte Video war es glaube ich, um den Hopfen gegangen ist und da findet ihr auch Hyänen. Die sehen so aus und die könnt ihr, ja nicht ganz so einfach natürlich kaputt schießen, wie ich jetzt mache, aber die könnt ihr hier weitläufig, da oben sind auch noch ein paar Hirsch und so weiter, weitläufig eigentlich hier gut ausfindig machen. Müsst immer ein bisschen laufen natürlich. Irgendwas ist mit meinem Bogen auch nicht mehr so ganz in Ordnung, der zielt nicht mehr ganz nach geradeaus. Hier unten versteckt sich auch noch eine. So, da müsst ihr euch mal ein bisschen entlang des Randes bewegen und so weiter. Hier hinten gibt es dann auch noch eine Hyäne. Und immer so weiter und so fort. Da oben könnt ihr auch noch ein bisschen hochlaufen und dann findet ihr auch entsprechend noch die ein oder andere Hyäne. Ja, ich hoffe das Video konnte euch weiterhelfen und dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut euch auch gerne die anderen Videos zum Thema Battle Pass an. Bis zum nächsten Video. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal.